Hallo Leute, heute bin ich Japaner, nein Spaß bin ich nicht, ich bin kein Japaner, aber richtig rassistisch. Was rassistisch? Ich zeig's meinem Sensei. Was zeigst du deinem Sensei? Wieso hast du einen Sensei und ich nicht? Ich hab alles gelernt. So, heute spielen wir... Was spielen wir denn? Pac-Man. Glaub ich. Also das ist Pac-Man. Und das ist von 1980 oder so. Ah ok, das ist eigentlich ein chinesischer Konzern, aber die haben anscheinend eine UK-Seite von der die auch verschicken. Weil die Liga ist nach dem Pfund angegeben. Oh, das ist cool. Ja, komm. Ja, jetzt fick ich dich, Ghost. Oh, 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 oh. Nein, da ist die Kirsche, ich will die essen. Oh yeah, du bist auch so ein Kirsche. Gibt dir das Kirschen? Gibt dir das Kirschen? Daaa. Interessanterweise, Sepp macht überhaupt gar keine Kirsche. Ich hab schon, Alter, so ein Wilma-Trauma gemacht. Das... warum? Ich hätte auch ein Trauma, wenn ich eine Kirsche gegessen hätte, wo so ein Wu drin ist. Du hast eine Kirsche wieder! Okay, gleich haben wir das Level geschafft. Level, 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 level. Oh, die letzte Pille! Oh ja, Pac-Man geht ab. Ich hab sogar Pac-Man schon mal in einem echten Automaten gespielt. Wow. Ja. Da wo waren? Kannst du? Ja. Ja, da sind wir eine halbe Ewigkeit hingefahren, um ein bisschen Automaten zu zocken. Ja? Ja, das ist doch cool. Ja, Mama. Außerdem ist die Insel auch schön gewesen. Ja, die ist doch irgendwie ganz interessant gemacht. Da fährt immer so die Straßenbahn mit, mich die Fußgänger zu holen. Das ist doch normal, ey. Bitte? Das ist doch normal. Stimmt. Das wo du sagst... Da wo ich herkomme, ist das normal. Stimmt. Nur weil du in deinem Heimatort keinen Straßenbahn hast. Ja, da war verrückt. Stimmt. Und ich erinnere mich grad an weitere Städte mit Straßenbahn, da fahren die auch. Aber in einer anderen Stadt, die wir gerne besuchen, mit Straßenbahn, ist das nicht so. Ja, ich weiß welche. Da ist das nicht so, dass man sich als Fußgänger die Straße mit der Straßenbahn teilen muss? Ich finde das aber auch ungewöhnlich. Was denn? Dass es da nicht so ist. Also ich kenne das nur so... Oh! Oh! Okay, ich muss jetzt mit der letzten Pippen und mit der letzten... Ja... Fresspillow sozusagen. Nein! Nein! Oh! Oh! Was? Oh, ich hab gewonnen! Oh, ich dachte... So, über was können wir jetzt heute noch nehmen bei reden? Ich meine, äh... Menschenhandel... Mit Frauen... Und äh... Titten hatten wir ja jetzt schon, äh... Erledigt. Ja. Wir brauchen was Neues. Was frisches, aufregendes. Ja, ich weiß... Ja, ich... Ich bin mir nicht... Ich bin mir nicht sicher, oder? Was ist das Problem? Vor allem, ich muss hier grad nebenbei zucken. Ist das ein Apfel oder eine Pfirsich? Fack! Du hast so spät gesehen, das ist ein normaler Peck-Ghost. Wie heißen die Peck-Ghosts? Weiß ich nicht. Die hatten immer so einen Namen. Deine Schwester. Ist das nämlich irgendwie... Inky Winky? Nein. Das war Tater, glaube ich. Inky Winky. Dixi... Nein. Dipsi... Lala... Ein Arsch. Ich mach' die Poes. Ich mach' die Poes, Poe. Ich mach' die Poes, Poe. Wieso ist diese Phase so kurz, wo ich die fressen kann? Hm? Okay, okay. Jetzt haben wir das gewonnen. Fack! Mann! Kirby hätte ich was gesagt. Pac-Man. Mach' doch mal was ich möchte. Wusstet ihr? Es gibt sogar einen, der hat Pac-Man durchgespielt. Eigentlich ist Pac-Man so programmiert, dass es gar kein Ende hat. Aber... Wie lange hat er denn gespielt? Bitte? Wie lange hat er denn gespielt? Ich weiß nicht. Da ist irgendwie ein Vollprofi. Aber irgendwie nach 256 Leveln oder so, fängt glaube ich das Spiel an zu buggen oder irgendwie sowas an. Dann ist es irgendwie vorbei oder so. Also dieser Mensch hat auch glaube ich einen Weltrekord darin direkt gleichzeitig. Weil ich hab sonst niemand... Ist ja auch gar nicht krank oder so. Wie viel muss man bitte dafür trainieren, um dieses Spiel irgendwie durchzuspielen? Oh, oh, oh! Nein, nein, nein! 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 Wow! Also ich... Die sind so billiger, ja. Aber ich finde die Qualität nicht so hochwertig aus. Die Frauen? Ja, wir sollten lieber in einem anderen Shop bestellen. Aber da könnte Zoll drauf kommen. Ja, ich weiß, das ist ja Zoll drauf. Ich hasse Zoll. Also Mehrwertsteuer und dann... Nächste Steuern kommt eh wieder ein bisschen was mit Zoll. Hm? Also von wegen... Ahja, kann man den auch so schicken. Das ist dumm. Alter, wie kurz der Ding die Pinn nur wird. Ich hab Lust mein... mein nächstes Dorayaki zu essen. Dann isst doch gar nichts. Hab ich gar keinen Hunger. Ist doch egal. Ich krieg langsam Hunger. Aber wir haben erst vor kurzem Tag gegessen. Ja. Sind sie irgendwie schneller geworden, ja? Der Rotot wird dich töten. Du hast getötet! 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 Du hast getötet... Die lassen sich gar nicht wechseln, da guter Wind. Oh mein Gott! Und du wechselst von deiner Berufung. Wenn du zu viel prokrastiniert hast. Weißt du warum ich nicht Pac-Man spielen kann? Diese Dinger, die zu diesen blauen Dinger machen. Ich fresse sie immer direkt weg. Und dann habe ich keine mehr. Das ist dumm. Game Over! Das war Pac-Man. Da gibt es nicht so viel zu sehen. Dieser US-Laden. Da kann man sogar seine eigene Designs für Kissen drucken lassen. Alter! Stell dir vor, du bist so ein verfickter Stalker. Machst du Fotos von deinem Stalking-Opfer und du bist als Daki Makura. Ich werde das bringen. Jetzt brauche ich dir noch ein Stalking-Opfer. Gruselig. Okay, spielen wir Punch-Out. Ich bin auch aus der Zeit. Hier von der Zeit verpackt was noch. Ja, ne? So, das ist dieses legendäre Punch-Out von der NES. Ja, äh... Wir halten es clean. Jetzt komm und boxe. Ein Box? Von Bronx. Age 17. Wait. 107. LBS wahrscheinlich. Ah, ich muss Start pushen. Okay. Round 1. Ich weiß nicht, wie man dieses Spiel spielt. Ah, das ist auch Mario. Ja, ich glaube, das ist Mario. Als Schiedsrichter. Das ist ziemlich fett. Hey, wer bist du denn? Blonde, oder bist du das? Ich bin der schwarzhaarige. Wie, ey? Ähm... Wie boxst du denn? Du bist viel kleiner als der... Wie im wahren Leben. Das ist voll du als Videospielfigur. Achso, die Zeit geht gar nicht unrealistisch schnell. Warum ist der eigentlich so rosa? Er war ein bisschen lange in der Sonne. Richtiger. Ey. Muss man das Spiel verstehen? Ja. Oh nein, ich bin ausgepackt. Ich hab nicht drauf geachtet, dass ich, äh... Jo, wie er mir jetzt... Alter, der zieht mir ein Ding nach dem... Ich weiche voll aus und der... Beimpft mich voll weg. Was soll das? Ich hab nur Tee gewohnt, Junge. Oh. Das ist ein ziemlich anstrengendes Spiel. Das gefällt mir nicht. Aber wie geht das denn? Ähm... Aber wie hast du nur Knöpfe gedrückt? Ja, das... Das ist es ja halt. Okay. Man drückt Knöpfe. Ja komm mal her, du... Waluje, viel blond. Ich will Waluje. Boah, der ist doch hässlich. Hm... Okay. Jetzt fängt er an, mich zu boxen, glaube ich. Boah. Ja. Ja, ja, ja. Hä, wieso bin ich einfach mal ausgepowert, Mann? Was soll das? Aha. Jo. Alter. Alter, jetzt... Alter, jetzt hab ich den richtig weggebämmt. Du musst da dranbleiben. Was ist deine Strategie überhaupt? Ich weiche aus und dann bänke ich ihn. Fuck. Fuck. Nein, ich war zu langsam, weil er ausgepa... Oh. Jetzt muss ich aufstehen. Okay, weiter geht's. Die erste Runde ist vorbei. Oh, Alter, wir haben erst die erste Runde. Listen, Mac. Catch him off guard to stun him. Was? Then unload on him. Unload on him. Okay, ich verstehe. Make it quick, I want to retire. Round 2. Die sind Männer. Was denn? Nichts. Nichts. Ich will nichts gesagt haben. Lass mich bitte in Ruhe. Hm? Ich drück dich gleich auf den Dakumakuda, ja? Was? Haha. Ja, es gibt bestimmt so Stalker, die das machen. Ich glaub, Stalker sind zu unkreativ dafür. Wobei ein Jahrpumpfner. Ich hab den... Alter, ich hab den auf dem Boden gefickt. Und wie der... Nein, der steht auf. Nein! Jetzt weiß ich, an wen mich der Boxer erinnert. An wen? Looks like Link. Groß und blond. Fuck, aber Looks like Link ist voll der Ta... äh, voll der Schwabel. Alter! Moment. Von was ist da für ein Kuras gekommen? Von Looks like Link? Nein. Guck mal. Moment. Alter, von Gua Dua! Was find ich hier wie cool? What the fuck? Scheiße, ich bin auf dem Boden. Du bist nicht sehr gut in dem Spiel, glaub ich. Ich bin allgemein nicht gut im Kämpfen. Glaube ich. Fuck! Ich bin jetzt nicht so der Experte auf dem Read, aber... Das sieht nicht aus, als wärst du in Führung. Listen, Mac. Dodge his punch, then counter punch. Ja, das mach ich die ganze Zeit. Hä, was heißt denn dodge? Ausweichen, glaub ich. Hm. Ja, aber ein komisches Wort dafür. Oh fuck. Komm, mach nix. Zack, 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 bang! Zack, 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 bang! Ja, er ist auf dem Boden! Er ist auf dem Boden! Entschuldige ihn. Ja, ich darf ihn jetzt nicht mal anfassen. Erstmal. Fünf. Sechs. Nein, er ist bei acht aufgestandener Fucker. Hä, wir sind doch sie da nicht mehr anfassen. Das ist halt so. Wenn der Gegner am Boden liegt, dann wird daran nicht angefasst werden. Entschuldigung, dass ich kein Pox-Profi bin. Ja, aber das macht doch an sich schon Sinn. Aus der Logik heraus. Er liegt wieder am Boden. Innerhalb einer Runde hab ich ihn zweimal zum Boden gestampft. Alter, ist das ein spannender Kampf. Looks like Link konnte wieder aufstehen. Und Mac'n Cheese gibt ihm voll auf die Bieren. Mac'n Cheese? Ist das der Boxer oder mehr? Ja, der heißt hier Mac. Ja, aber... Deswegen hab ich ihn Mac'n Cheese grad getauft. Oh, Mac'n Cheese. Ich weiß wie wir nachher Nudeln machen können. Wie? Du weißt wie. Mit Mikrowellen. Ja, mit dieser Mikrowellen-Methode. Oh, ich hab glaub ich gewonnen. Das haben wir bei einer Hexe entdeckt, ey. Ja, man. Komm, wir machen von der an, Daki Makuda. So vom YouTube-Video so ein Bild machen, so ein Screenshot und dann auf das Ding drucken. Das ist auch gar nicht krank oder gruselig oder so. Alter, guck mal, so ein 80er, 70er Jahre Typ. Alter, der ist von Berlin, Germany. Alter. Ich dachte mir schon, das sieht so deutsch aus. Ja, das ist auch nicht deutsch. Doch, doch, dieser Schnu... Dieser... Ganz ehrlich, ich weiß, dass du an mich erinnert. Nein. Das kann ich nicht sagen jetzt. Wieso? Ich finde, das ist auch einer deiner Verwandten. Vielleicht hilft dir das. Hm. Hm. Mich erinnert es an jemand anderes. Mhm. Ein bisschen an Matti. Hä, ist nämlich aus wie Matti. Oder ey. Jetzt auf einmal sieht er aus wie ein Russe. Guck mal. Ja, deswegen sag ich ja. Nein, 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 nein. Das ist nicht möglich. Wieso sind eigentlich alle deine Gegner so groß? Was? Der haut mich aber direkt ständig in die Fresse. Komm auf. Alter. Ist das voll schlecht? Wow. Der ist voll stark. Richtiger Endgeboss. Endgeboss? Endgeboss. Ich wollte es ja End-Gegner sagen. Fuck. Ich bin... Nein. Nein. Fuck. Der hat mich noch erwischt. Hä, was war das jetzt? War der kurz verkehrt? Ich lieg am Boden. Okay. Okay. Alter. Du bist gleich tot, ne? Wär das nicht schlimm. Alter. Warte. Oho. Äh, wir sind auch von der Zeit eigentlich schon durch jetzt. Also... Ja, ja. Ich will erstmal jetzt richtig verlieren und dann... Achso. Ich will nicht mittendrin einfach so aufhören. Ja, okay. Okay. Alter. Wider hat mich direkt K.O. gepanscht. Er wird so scheiße. Der hat einen Schlag gemacht. Ich lag hier auf dem Boden. What the fuck? Ich hatte voll den komischen Traum heute. Was hast du für einen Traum? Irgendwie... Ich war irgendwie Busfahrer, glaub ich. Dein Wunsch, ne? Nein, nein. Nicht einmal. Und... Aber irgendwo wurde da noch was. Irgendwas Spookiges, glaub ich. Irgendwie wurden verfolgt, oder so. Da hängt so viel mit mir rum. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Kann man eigentlich auch von der eins machen lassen? Nein. Nein. Don't cry. Okay, ich glaube... Das sind jetzt schon mal 16 oder 17 Minuten. Das ist doch nicht schlimm, Mann. Ich glaube, das reicht jetzt für... Das glaube ich auch. Die zwei Spiele. Und dann... Sehen wir uns gleich. Nachher morgen, übermorgen, in irgendeiner Woche, Monaten, im nächsten Spiel. Bis dahin. Tschüss.